Hallihallo und herzlich Willkommen zurück bei Flockers. Heute werden wir auf alle Fälle mal weitermachen, bevor wir uns mit einem dieser Level beschäftigen, möchte ich euch noch ganz kurz was in eigener Sache sagen und zwar geht es darum, dass meine Freundin derzeit an ihrer Abschlussarbeit arbeitet. Sie studiert mal ganz grob gesagt Game Arts und schreibt gerade die Arbeit über Spielecharaktere und versucht eben da zu analysieren, wie Spielecharaktere wirken, wie sie aussehen sollten, wie sich Spieler das eben vorstellen und wie sich das die Industrie vorstellt und ganz viele interessante Sachen. Also ein richtig interessantes Thema und Teil ihrer Arbeit ist auch, dass sie eine Umfrage zu diesem Thema stattfinden lässt und auswertet und ja, ich würde euch gerne dazu einladen, an dieser Umfrage teilzunehmen, weil ihr das wirklich sehr, sehr helfen würde. Je mehr daran mitmachen, desto mehr kann sie natürlich auswerten und da ihr euch natürlich auch mit Computerspielen auskennt, seid ihr natürlich irgendwie die Zielgruppe. Das Ganze ist eigentlich ganz einfach, ihr bekommt ganz viele verschiedene Charaktere zu sehen, so Concept Arts und müsst diese bewerten, ob ihr die freundlich, aggressiv findet, ob ihr in welchem Genre ihr die gerne sehen würdet, ob ihr gerne mit dem spielen würdet. Also das wird nicht so lange dauern, vielleicht 10 bis 15 Minuten und wenn ihr da vielleicht teilnehmen könntet, wäre das ganz, ganz toll, da würde sie sich sehr drüber freuen und ich mich natürlich auch. Das Ganze gibt es unter www.die-informatiker.eu slash dakatotal slash survey und das Ganze ist auch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt und vielleicht auch parallel zu diesem Video, dann würden wir uns sehr, sehr darüber freuen und uns schon mal dafür bedanken. Gut, zurück zu Flockers. Wir haben hier noch 5 Level vor uns. Gut, da hinten sind noch weitere 5, aber die sind noch nicht freigeschaltet, die werden wohl erst später dazukommen. Und wir spielen jetzt das erste, nämlich Lambo, blutiges Kino. Ganz kleine Anspielung auf Rambo. Ähm, ja und ich habe schon so ein bisschen Angst, was wir hier so machen müssen. Ähm, ich kann gerade nicht scrollen. Gut, dann muss ich mit der Maus scrollen, tut's auch. Bisschen blöde. So, also hier kommen wir raus, wir kriegen einen Stein und diese Release-Schafe und da ist so ein Hackebeil, Amboss-Ding, wie auch immer. Ich lasse einfach mal weiterlaufen und schauen wir das mal an, was passiert. Wir haben nur ein Schaf? Wir haben echt nur ein Schaf? Das ist interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Das bedeutet, wir müssen das Schaf immer anhalten, wenn es gefährlich ist. Und dann wieder freilassen. Das ist echt interessant. Okay, das machen wir mal. Das bedeutet, wir müssen das Schaf hier hinstellen. Und jetzt freilassen, damit es in die andere Richtung geht. Ja, wie cool ist das denn? Darauf freue ich mich jetzt sehr. So, ähm, gute Frage. Was müssen wir tun? Ich vermute, wenn wir auf diesen Knopf steigen, dann wird das Blatt losrasen. Ähm, ja. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Ich schau mir's mal an. Ja, und jetzt fährt das Sägeblatt los. Ich, bleib stehen. Nein. Ah, daneben geklickt. Verdammt. Okay, dann nochmal. Vielleicht werden wir uns doch noch ein bisschen damit beschäftigen müssen. Okay, eigentlich ist es bisher nicht schwer. Aber das Timing war gerade halt mal einfach schlecht. So, diesmal setze ich's direkt hier hin. Dann kann das Schaf da ohne Probleme durchlaufen. Da müssen wir hoffentlich nicht rein. Und dann warten wir, bis das Sägeblatt weg ist. Und dann können wir weiterhüpfen. So, diese Mine müssen wir wahrscheinlich irgendwie auslösen. Sollte ausgelöst werden, indem wir durchlaufen. Okay, jetzt ist hier frei. Das ist in Ordnung. Da mussten wir drüber. Und jetzt haben wir hier nochmal denselben Spaß. Das sollte eigentlich auch nichts ausmachen. Okay. Okay. Also das ist eigentlich ungefährlich. Aus meiner Sicht. So, jetzt können wir hier runterlaufen. Und wir haben einen Sprung. Aua. Okay, das ist dann doch nicht ganz so ungefährlich. Und wir dürfen gleich nochmal anfangen. Ein interessantes Level. Könnte ein bisschen nerven, wenn man sich immer wieder vorkämpfen muss. Da wären jetzt irgendwie Checkpoints ganz toll. Ich habe mich mal informiert, was sich bei den letzten Updates so verändert hat. Ich habe ja beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal erzählt, dass es ein neues Update von Flockers gibt. Und ja, es gab damals noch kein Change-Log. Das Change-Log gibt es mittlerweile. Und was wurde eben angepasst? Das Hauptmenü wurde eben angepasst. Diese Level-Auswahl. Das haben wir schon gesehen. Einige Levels wurden ein bisschen aufbearbeitet, heller gemacht. Mehr Objekte eingebaut. Also Dinge, die uns jetzt nicht direkt aufgefallen sind. Und ja, relativ viele Kleinigkeiten. Was man auch noch irgendwie machen kann, es gibt wohl hier irgendwo ein Bonus-Level und da muss man ein Portal freischalten. Das werden wir mit Sicherheit irgendwann mal suchen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich danach suchen soll. So, jetzt sammeln wir wieder diesen Sprungsschaf-Ding ein und warten jetzt, bis das da vorbei rollt. Und ich vermute mal ganz stark, dass wir dem gleich das Sprungsschaf geben sollten, damit er hier rüber hüpft und nicht hier unten reinläuft in dieses böse Sägeblatt. So, jetzt geht es hier runter. Da unten ist wieder ein Hebel. Kommt der da runter einfach so? Das wäre jetzt relativ einfach. Ich glaube nicht, dass wir hier so weit vorkommen. Deshalb bin ich jetzt mal so frei und bleibe hier stehen. Ah, das wäre schon gegangen. Das wäre schon gegangen. Ich hoffe, das fährt jetzt wieder zurück. Es fährt natürlich nicht zurück. Das ist dann ungünstig und damit wird es das schon wieder gewesen sein. Okay, dann wäre es doch einfacher gewesen, als ich dachte. Das mag ich eigentlich auch nicht so. Diese Level, bei dem man... Also, das sind ja so Trial-and-Fail-Level, wo man einfach ausprobieren muss, wie es geht. Und es ist ja an sich kein Problem. Wenn ich hier einmal bin, weiß ich, was ich machen muss. Aber wenn ich bei jeder Station eben wieder ausprobieren muss, was ich machen soll und natürlich im ersten Versuch immer scheitere, ja, dann zieht es das halt eben so etwas unnötig hin. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so toll. Die Idee von dem Level finde ich super. Aber hätte man anders lösen können. Also Checkpoints wären mit Sicherheit eine interessante Alternative. So, jetzt schauen wir mal, wie weit das Schaf nach vorne kommt. Ja, und dann kann es jetzt weitergehen. Wunderbar. Bei dem eigentlich genauso. Da müssen wir... Stellen wir das Ding hier hin und müssen warten, bis das nach oben geht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu früh oder zu spät. Wie geht das nicht ganz hoch? Das wird knapp. So. Was machst du? Du holst mir ein paar neue Schafe. Okay. Die folgen mir jetzt unauffällig. Das ist ja schön. Okay, okay. Das sind noch mehr Schafe. Wo ist eigentlich das Ziel? Da ist das Ziel. Okay, das sieht jetzt an sich nicht sonderlich schwer aus. Was ich jetzt gerade noch ein bisschen vermisse, ist das goldene Schaf. Das ist hier. Okay. Jetzt sammeln wir erstmal das ein. Ähm. Den Zünder brauchen wir, um die Schafe hier unten rauszuholen. Das sollten wir auf alle Fälle machen irgendwie. Das heißt, wir müssen hier oben eins... Gar nicht mal. Mal schauen. Ähm. Und hier müssen wir auf alle Fälle das hier hinsetzen, damit da ein Schaf zurückläuft. Und dann dürfte er doch eigentlich nicht mehr... Oh, doch da. Das sollte aber gehen, wenn ich die hier drüber locke. Ich vermute ganz stark, wenn ich auf diesen Schalter gehe, rast das Ding runter. Und das sollten wir vermeiden. So, das heißt, wir setzen einmal hier das Schaf-Ding hin. Und den brauchen wir nicht mehr so viel. Dann setzen wir hier so das Ding hin. Das sollte reichen. Und bei den Schafen... Moment, das machen wir anders. Das müsste gehen. So, und jetzt sprengen wir dieses Schaf. Dann ist das weg. Wir sammeln die neuen Schafe ein. Und dann können wir die... Also wir haben jetzt wieder mehr Schafe. Die können wir einsammeln. Die dürfen jetzt da drüber laufen. Die Schafe laufen alle da drunter durch. Hoffentlich sterben die jetzt hier beim Fallen nicht. Hat funktioniert. Jetzt dürften die wieder zurücklaufen. Die laufen ins Ziel. Wir haben das goldene Schaf. Die laufen jetzt erstmal alle ins Ziel, bitte. Sind außer Gefahr. Und jetzt müssen wir schauen. Prima. Und dann können die ebenfalls ins Ziel wandern. Das heißt, wir haben alle Schafe eingesammelt. Oder habe ich jetzt noch wieder einen vergessen? Nö. Wir haben alle Schafe eingesammelt. Und das super scharf eingesammelt. Und das sollten dann bitte drei Sterne sein. Platz sieben in der besten Liste. Und wir haben verdammt viele Punkte. Das ist cool. Das gefällt mir. Und wir haben ein Achievement freigeschaltet. Ich habe gemerkt in der Aufnahme, ihr seht das nicht, wenn ich Achievements kriege. Aber ich kann es euch ja sagen. So. Also, dann gehen wir ins nächste Level. So viel Zeit haben wir noch. Und die heißt die Klaue. Und, ähm... Sehr schön. Also, die kommen hier raus. Sie kommen erstmal nicht weiter, weil hier das Ding da ist. Und es ist... Ne, diesmal sind es mehr Schafe. Hier ist ein Teleporter. Zu dem kommen wir erstmal gar nicht. Wir haben super Schafe. Mit denen kommen wir da hoch. Ja, können die da hoch bringen. Da ist das goldene Schaf. Das heißt, die müssen wir auch wieder hin und zurück bringen. Ja. Würde ich sagen, machen wir einfach mal fünf Superschafe und, äh... Mal sehen, was so geht. So. Dann sollten drei da oben hingehen. Der Schalter sollte wahrscheinlich das runterbiegen. Hatten wir nicht fünf? Ein bisschen schneller, Leute. So. Sobald die da oben sind. Oder zumindest einer. Lassen wir die wieder frei. Dann kriegen wir dieses Item. Und ich hoffe, ich brauche das nicht nochmal. Vielleicht brauche ich es aber doch. Oh, hier gerade draußen riesen Windböen. Das ist mir gar nicht gewohnt. Also, ich kann die jedenfalls jetzt hier rausbomben. Dann ist die Frage, wie komme ich denn da oben hin? Über einen Teleporter. Wo ist der zweite Teleporter? Der zweite Teleporter... Meine Güte, ist das ein langes Level? Ich kann die hier runterlaufen lassen. Aber dann komme ich hier wahrscheinlich nicht durch. Da ist übrigens auch ein... Oder das Ziel. Tja, was machen wir? Wenn ich die... Ich muss die auf alle Fälle aufhalten. Die kommen hier nicht durch. Springen können sie nicht. Das ist knifflig. Das ist sehr, sehr knifflig. Irgendwas übersehe ich noch. Was ist hier oben? Nichts. Gar nichts. Da ist... Ah, diese Kralle da. Die wird das wahrscheinlich irgendwann wegheben müssen. Aber irgendwie muss ich ja meine Schafe darüber bringen. Okay, ich lasse einfach mal weiterlaufen. Mal gucken, was passiert. Ja, nichts, ne? Gut, das ist jetzt tot. Das kann das goldene Schaf einsammeln. Das ist schön, aber bringt mir gerade nichts. Und... Ja, bei denen könnte ich jetzt natürlich so ein Schaf mal sprengen. Und die weiterlaufen lassen. Aber das bringt mir wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel. Ah, doch, 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 doch. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Wir brauchen das schon. Wir setzen es aber andersrum hin und sprengen das Schaf da hoch. Und dann haben wir noch ein Schaf, was weitergeht. Oh mein Gott. Was ein Level. Ich mag's. Drei, vier, fünf. Also der Weg ist auf alle Fälle richtig. Dafür muss ich das einsetzen. Das war in Ordnung. Die anderen Schafe bleiben erstmal da. Ah. Dämlich. Dämlich. Allerdings bedeutet das auch gleichzeitig, ähm... Ja, das Superscharf einsammeln muss irgendwie anders gehen. Wahrscheinlich mit dem Item hier, dass wir, wenn die anderen Schafe rüberlaufen, dass wir dann... Irgendwie so, die dann rüberlocken müssen. Irgendwie so, was muss es sein? So. Was mich jetzt aber mehr irritiert, warum... ...hab ich fünf von denen? Eigentlich brauche ich... ...eins, zwei, drei um da hoch. Vier brauche ich. Jetzt sterben ja welche. Das ist eigentlich blöd. Ich probiere es mal hier. Ach, ich... ...lasse es frei, statt dass ich es spreng. Okay. Okay, ich denke trotzdem, dass wir... ...dass mir vier Superscharfe momentan erstmal reichen. Erstmal zumindest. Und ich lasse jetzt auch nicht gleich wieder alle frei. ...sondern nur so viele, wie ich brauche. Und das sind zwei. So. Nächster Versuch. Diesmal bitte richtig. Einer bleibt da. Den anderen spreng ich da nach oben. Und dann sind wir... ...über dieses Hindernis gekommen. Ach, Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Und dann können wir dich freilassen. Und du darfst weiterlaufen. Gut. Jetzt haben wir Sprung-Scharfe. Und zwar sieben. Und, äh... ...noch mehr Superscharfe. Das läuft hier runter. Weckt diese Schafe. Jetzt haben wir wieder so ein Item. Und, ähm... ...einmal Hebel. Was macht der? Der greift jetzt da nach. So wie ich mir es gedacht habe. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir noch andere Hebel sammeln müssen. Den da oben, dass es dann wirklich greift. So, jetzt ist das Superscharf. Ich wähle gleich das mal aus. Das Superscharf ist jetzt hier hochgeflogen. Also hier nach oben. Und muss jetzt auf die andere Seite. Irgendwie. Also, hier drüber springen. Hier hoch. Da rein. Hier rüber springen. Ähm... Und dann in diese... Das will ich nicht. Eigentlich. Okay, das müssen wir umgehen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Superscharfe auf alle Fälle hier oben. Ich gebe dem jetzt aber trotzdem mal die Sprungfähigkeit. Ah! Scheiße! Diese Lücke habe ich nicht gesehen. Geht's noch auf? Es könnte noch aufgehen. Hier müssen wir auf alle Fälle sowas hinsetzen. Dass die hier hochfliegen. Dasselbe hier. Sind vier. Sechs. Und wir haben jetzt noch sieben Superscharfe. Das geht noch. Okay. Machen wir... Erstmal schade. Ein Schaf verschwendet. Ist nicht so toll. Hier drüber. Und ich hoffe, dieser Stacheldraht. Hier ist nur Deko. So, die sind jetzt alle Superscharfe. Und Sprung-Scharfe. Ah, ich habe das eine Schaf getötet. Und ich bin mir sehr sicher, dass die früher oder später wieder weggehen. Und dann kann man die auch noch ins Ziel bringen. Und hier ist ja der... Die können einfach hier runter gehen. Der wird zurück teleportiert. Die da... Keine Ahnung, was die machen. Werden wir dann sehen. Ja, genau. Okay. Stimmt. Ich habe ja nur noch sechs Typen. Alles klar. Dann müssen wir das leider nochmal machen. Ähm. Aber das lief ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bleibe trotzdem erstmal bei vier Superscharfen hier. Und da haben wir jetzt wieder das Problem. Ja, wir haben vorne einen Fehler gemacht. Und ich muss halt wieder von ganz vorne anfangen. Und... So, wo haben wir das vorhin hingesetzt? Hier, oder? Da lief es ganz gut. So, das unterste Sprengen. Boom. Äh. Freilassen. Hochfliegen lassen. So, jetzt setzen wir erst die Teile hier hin. Eins. Okay, wir lassen die hoch, weil es ist schon in Ordnung. Superscharfe. Umscharfe. Und dann sollten die alle hochkommen. Zack, 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 zack. Das eine Schaf wollte noch nicht fliegen. So, und jetzt ist das hier oben. Sprungsscharfe wird auf alle Fälle hier drauf landen. Das wird wahrscheinlich auch keinen Fallschaden kriegen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Ding jetzt irgendwie hochgezogen wird. Richtig. Und, äh, ich hoffe, du springst jetzt nicht genau da rein. Nein. Tapfer. Tapfer, tapfer, tapfer. Und das läuft ja jetzt die ganze Zeit da lang. Oder? Ist egal. Jedenfalls ist jetzt hier frei. Das wiederum bedeutet... Oh Gott, was ein Stress. So, die beiden können wir freilassen. Und dann kann der hier auch lang laufen. Die anderen schauen wir uns dann nach an. Jetzt kümmern wir uns um dieses Superscharfe. Ah, doch. Wann war das? Wunderbar, wunderbar. Das kriegen wir hin. Wenn die hier reinlaufen, dann kommen die in den Teleporter und sammeln dieses Item ein. Genau. Jetzt setzen wir das... Ah, die springen. Das heißt, wir setzen die mal da hin. Was mir nichts bringt, weil es sind Superscharfe. Aber da kommen noch ein paar andere, die auch keine Superscharfe sind. Somit alles kein Problem. Die können wir auch freilassen. Und jetzt müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass wir hier das richtige Schaf sprengen. Yay. So, die fliegen da drüber. Das macht aber gar nichts. Und gehen ins Ziel. So, bitte das richtige Schaf erwischen. Psst. 20, 2, das ist zu weit weg. Gut, dann bin ich einfach optimistisch. Puh, Glück gehabt. Zack. Und nach meiner Auffassung müssen die jetzt da runterlaufen. Laufen wieder zurück, sammeln das goldene Schaf ein. Und werden frei. Und alle Schafe können wir sogar nicht retten, oder? Doch, können wir. Passt. Der läuft nochmal oben lang. Der springt direkt runter. Tapfer, tapfer. Und das letzte Schaf nimmt den selben Weg wie vorhin das Schaf von oben. Ein bisschen umständlich. Aber hat ganz gut funktioniert. Und damit haben wir dieses Level ebenfalls geschafft. zwei Level, die ich beide sehr, sehr schön fande. Ich bin mir sehr sicher, dass das drei Sterne sind. Und ja, cool. Das hat ja super funktioniert. Ein Teil fast ohne Frustmomente. Und damit sind wir dann auch am Ende dieses Teils. Ah, guck mal. Wir schalten das doch schon frei. Die sind schon dabei. Die Level. Dann haben wir doch noch ein paar mehr Level vor uns. Und ja, dann schauen wir uns beim nächsten Mal die anderen Teile an. ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.